Der Weihnachtsmann Sieh dir das an. Der richtige Weihnachtsmann macht aus frechen Kindern Kleinholz. Was für ein eigenartiger Morgen. Es gehen sonderbare Dinge vor. Frohe Weihnachten. Hallo, ist Hemper da? Verschwunden? Alle Kinder wurden abgeholt. Von wegen Seismografen. Die Kerle haben irgendwas ausgebuddelt. Was zum Teufel haben die gefunden? Verstehen Sie denn ich? Es hat doch immer einen Puls. Wir haben einen Besucher vom Corvatonte. Er ist kein menschliches Wesen. Pieter, er scheint dich zu kennen. Der, da ist der Weihnachtsmann. Vorsicht, er will angreifen! Auf den Boden! Was sollen wir machen? Wir werden den Weihnachtsmann verkaufen. Wie viel verlangen Sie? 85.000 Dollar. Was zur Hölle geht hier eigentlich vor? Und jetzt bringen die Kinder nach Hause! Ha ha! Juhu! Der Weihnachtsmann hat die Fähigkeit rauszufinden, wer ungezogen und wer brav war. Ein gesegnetes Weihnachtsfest! La re 하나! Konrad. H